Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde, zu einer Aktienanalyse von Danahe. Einer der Klassiker und auch relativ stark gecovert in der Finanzblogger-Szene. Jetzt noch ein hinterher von mir. Anlass ist, wir haben eine Aktienanalyse jetzt dann auch live geschaltet zu Danahe und das ist das parallele Video dazu. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich betreibe die Seite der Aktienfinanet. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, damit du von langfristig steigen, Kursen und Dividenden profitieren kannst. Mit Danahe hat das in der Vergangenheit ganz gut geklappt und dann würde ich sagen, legen wir schon mal los. Ja, Danahe wird relativ oft mit Berkshire Hathaway verglichen und ich habe da hier auch mal eine ganz kleine Merkliste gemacht und da ist dann auch Berkshire drin. Warum vergleicht man das oft miteinander? Weil beide als Holdings bezeichnet werden. Holdings, das heißt im Prinzip, dass wir ganz oben eine Muttergesellschaft haben und unten drunter tummeln sich relativ viele Tochtergesellschaften. Die sind dann in mehr oder weniger unterschiedlichen Segmenten, Branchen tätig, tragen dann Oper oder machen und machen dann das operative Geschäft, verdienen also tatsächlich das Geld, während die Mutter oben die Holding das Ganze überwacht und lenkt, aber nicht operativ sich die Hände schmutzig macht. Damit wären wir bei Berkshire und Danahe. Und ich weiß nie, wie soll ich jetzt Danahe sagen oder Danahe. Ich wechsle als, aber ihr wisst, welches Unternehmen ich meine. Ich sage jetzt die deutsche Variante, also Danahe. Und beide sind im Prinzip auch Mischkonzerne, wenn man so möchte, weil sie unterschiedlichen Sparten tätig sind. Interessant ist beim Vergleich ja immer die Performance. Und da siehst du, dass Danahe eine bessere Performance bringt für dich, wenn du die im Depot hältst im Vergleich zu Berkshire. Und zwar doch relativ deutlich auf 15 Jahre 900% zu 280%. Und ohne es jetzt alles vorlesen zu wollen, siehst du, ob er das durch die Bank dann nachher besser abgeschnitten hat. Auch noch interessant vielleicht zu wissen ist, dass danach im Gegensatz zu Berkshire eine Dividende ausschüttet, viermal im Jahr. Typisch für den Amerikaner. Allerdings nur 0,35% momentan. Ja, relativ stark wird Danahe abgedeckt. Gehen wir mal drauf in der Finanzblogger-Szene. Ich habe es schon erwähnt. Hier, wir haben beispielsweise hier acht Beiträge zu Danahe. Und ich hatte die Aktie auch schon mal analysiert gehabt hier. Und jetzt, wie gesagt, wieder. Ja, dann würde ich mal kurz zu Factset gehen und dir mal zeigen, wie sich Danahe im Laufe der Zeit gewandelt hat. Die haben sich nämlich mehrfach selbst erfunden, gegründet Ende der 60er Jahre. Waren sie zuerst eine Immobiliengesellschaft, sind dann eingestiegen in den industriellen Bereich über Zukäufe. Zukäufe machen sie bis heute. Momentan haben sie drei Sparten. Das Unternehmen ist momentan in drei Sparten gegliedert. Davon zwei Sparten im Bereich Gesundheit und eine Sparte im Bereich Umwelttechnologie. Also interessante Sparten und gerade jetzt im Zusammenhang mit Corona natürlich aufs richtige Pferd gesetzt, hier mit den Gesundheitssparten, wo sie selbst entweder forschen im Rahmen der Pharmazie oder diagnostische Instrumente herstellen für den medizinischen Bereich hier unten. Und dann hier unten noch Umwelttechnik und leicht über zwei Drittel habe ich eben nachgeschaut. Der Umsätze werden im Gesundheitsbereich erzielt. Zuvor war Danahe auch stark im Bereich der Industrie tätig. Hatten die unter anderem auch Werkzeuge produziert, Messinstrumente und ureigene Industrieanlagen wie hier. Das haben sie aber mittlerweile alles abgespalten. Danahe kauft also nicht nur Unternehmen hinzu, neue Töchter hinzu, sondern die verkaufen auch was. Und wenn sie was verkaufen, dann oft komplette Segmente. Also sie haben sich jetzt von dem Dentalsegment beispielsweise getrennt. Und zwar war das im Jahr, ich habe es mir hier aufgeschrieben, eigentlich einfach zu merken, 2019. Und die Gesellschaft hieß dann Invista. 2016 haben sie sich getrennt von der Industrie-Sparte. Das müsstest du dann auch hier sehen. Also wir sehen hier einige Segmente. Ich habe das jetzt, man kann das hier wegmachen. Siehst du vielleicht noch mehr. Also hier ist Beispiel Industrial Technologies. Das war ein Segment noch in der Industrie. Bis 2015 wurde das bilanziert. Im Jahr 2016 nicht mehr, weil 2016 haben sie eben die Industrie-Segmente an die Börse gebracht, gebündelt in Fortif. Und das frei werdende Kapital, was man dann über so einen Spin-Off reinbekommt, das kann dann anderweitig investiert werden, wieder für neue Zukäufer. Genau das haben sie jetzt dann auch gemacht. Im Jahr 2020 haben sie den Bereich Life Sciences hier oben, also das Segment Life Sciences, nochmal verstärkt durch eine Übernahme von General Electric für 21,4 Milliarden US-Dollar. Das heißt, wenn wir dann das nächste Jahr hier haben, also Dezember 20 dann da steht, dann werden die Umsätze deutlich nach oben gehen in diesem Bereich. Dann wird Danae noch mehr als 75 Prozent ihres gesamten Umsatzes im Gesundheitssektor einspielen. Was man zu Danae auch immer noch sagen muss, sonst wäre es nicht ganz komplett, das ist dieses Danae Business System, das auf Kai-Tzen beruht, dieser japanischen Management-Philosophie, wo es im Prinzip darum geht, also um kontinuierliche Verbesserung geht und man möchte ein möglichst effizientes Unternehmen haben und ständig die Qualität verbessern. In die Richtung soll sich das entwickeln. Und das führt natürlich am Ende aller Tage, jedenfalls wenn es klappt, zu langfristig steigenden Kursen und Dividenden bei Danae auch, werden wir auch gleich sehen, auch wenn es Mikrodividenden sind. Ja, dann gehen wir mal in den Aktienfinder rein oder vorher vielleicht noch was anderes Interessantes, was ich mal zeigen möchte. Und zwar können wir uns anzeigen lassen, wie die Struktur hier aussieht. Und ich habe mal gezählt, wie viele Tochtergesellschaften Danae insgesamt hat, weil mir aufgefallen ist, dass da sehr unterschiedliche Zahlen im Raum schwirren. Also irgendwas zwischen 200 und 400 habe ich so gesehen. Wenn ich das mal auswerten lasse hier von FactSet und das einfach nur auf die aktiven Tochtergesellschaften, auf Englisch Subsidiaries einschränke, dann komme ich auf genau 700. die so mehr oder weniger in der ganzen Welt hier verteilt sind, wie du hier siehst. Natürlich viele in den Vereinigten Staaten, aber auch beispielsweise einiges in Deutschland hier. Wenn man sich das mal so anguckt, wie viele haben wir in Deutschland? 75 sogar sind die hier in Deutschland. Also relativ komplexes Firmenkonstrukt hier, läuft aber dennoch ganz gut. Gut, ja, dann haben wir hier im Aktienfinder ein paar hübsche Charts. Wisst ihr ja. Und wenn man sich das Ganze hier anschaut, siehst du hier die Gewinnentwicklung von links unten nach rechts oben. Das gleiche auch für den Umsatz. Dann gibt es hier diese kleinen Dellen, insbesondere bei Umsatz sichtbar. Immer wenn es so ein bisschen nach unten geht, dann wurde was abgespalten von Danaya. Hier war das, war das Ford, nein, Invista war das. Das letzte war Invista und das hier war Ford TIF und das hier weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und das wirkt sich dann auch mehr oder weniger auf den Gewinn aus. Jedenfalls hier und hier sieht man das relativ klar. Hier sieht man das nicht so klar. Es kann auch sein, dass so eine Abspaltung, die führt organisch zu weniger Gewinn, weil ja Umsatz fehlt, der Gewinn erwirtschaften kann. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass das gewinnbringend verkauft wird, sodass das sich dann wieder kompensiert für dieses Geschäftsjahr. Und für die Zukunft hier, wie du siehst, für die nächsten Jahre, da sind die Analysten recht optimistisch und dann geht man wieder von steigenden Gewinnen pro Aktie aus. Das gleiche auch hier für die Cashflows. Und ja, insofern erstmal ganz positiv. Hier unten auch noch recht interessant, wie ich finde, wenn man sieht, wie sich das da so auf die Bilanz auswirkt. Zunächst einmal sehr hoher Goodwill im Vergleich zur Bilanz. Also momentan haben die ein Goodwill von 33,2 Milliarden US-Dollar. Da ist schon der Kauf von Zutiva von General Electric für diese 21,4 drin. Das heißt, insgesamt hat das Management 33 Milliarden mehr auf den Tisch gelegt im Rahmen von Übernahmen als das übernommene Unternehmen laut Bilanz wert gewesen wäre. Das ist erstmal nicht schlimm. Da hat dann quasi der Verkäufer immateriale Vermögenswerte sozusagen materialisiert. Das gleiche passiert auch andersrum bei Danar. Wenn die was im Rahmen von einem Spin-Off zum Beispiel verkaufen, könnte ich mir zum Beispiel hier gut vorstellen, weil die Bilanzsumme dann zu stark angesprungen ist. Hier von da nach da ist ja dann der Verkauf von Invista drin. Man sieht dann auch, wie die liquiden Mittel angeschwollen sind. Hatten die jetzt plötzlich 20 Milliarden auf der hohen Kante zum 31.12.2019 in der Bilanz. Wussten natürlich das Management, was sie mit dem Geld anstellen wollen, nämlich sich noch stärker auf den Gesundheitsbereich forcieren über die Übernahme von Cytiva von General Electric. Das ist dann natürlich alles schon geplant. Das ist ja kein Zufall, dass die dann hier was verkaufen. Da haben sie viel Cash und dann kaufen sie quasi dann von General Electric in ganz großem Stil ein. Also alles schon schön geplant und man sieht ganz klar, danach geht immer mehr in Richtung Gesundheit und etwas Umwelttechnologie und das verliert aber jetzt momentan zunehmend an Bedeutung. Ja, Aktienrückkäufe machen die eigentlich auch. Habe ich mir vorhin gar nicht angeguckt. Also nicht über die Maßen. Man sieht eigentlich eher das Gegenteil, dass auch immer mal wieder neue Aktien ausgegeben werden und sodass der Gewinn pro Aktie auch verwässert wird und ab und zu wird auch wieder ein bisschen was zugekauft. Aber nicht über die Maßen. Das heißt, das meiste passiert nach wie vor organisch. Ist also nicht so besonders wichtig. Ich wollte noch was zu Dividende sagen. Das ist vielleicht ganz interessant. Also danach eignet sich jetzt erstmal nicht, um ein passives Einkommen aufzubauen, mit dem du dann sozusagen deine Rente querfinanzieren möchtest. Danach ist ein solider Dividendensalat definitiv. Die haben Dividende angefangen zu bezahlen, schon vor dem Jahr 2000. Vermute ich, es geht hier nur bis zum Jahr 2000 zurück. Was im Idealfall aber reicht, sind ja immerhin schon 20 Jahre. Nicht irritieren lassen hier durch diese künstliche Dividendensenkung. Wenn wir sehr weit hier in die Zukunft gehen bei der Prognose, dann kann das sein, dass aufgrund wegfallender Analysten dann wir hier Schwankungen kriegen. Also nicht irritieren lassen. Das heißt, guckt euch dann einfach nur das hier an. Also sehr stabil. Danach hat ursprünglich eine Alibi-Dividende bezahlt, weil Alibi- oder Dividendenausschüttungen teilweise, wie sagt man dazu, Vorbedingungen gewesen sind für die Aufnahme in gewisse Fonds, also Pensionsfonds auch. Und deshalb haben die ein bisschen Dividende ausgeschüttet. Haben es dann, oder sind dann etwas spendabler geworden. 2014 haben dann die Dividende erhöht und haben sie dann aber wieder, ja, der Aktie ist dann aber dann, also die Dividendenrendite, hu hu hu, ja, Dividende tue ich mir schwer, ist die Dividendenrendite dann, also ein bisschen angesprungen, von 0,2% bis auf maximal, maximal mal ungefähr 0,8% und dann aber wieder gefallen, insbesondere, das werden wir gleich sehen, weil der Aktienkurs gestiegen ist. Hier haben wir einen kleinen, hier ist es auch interessant, weil die Dividende sogar mal etwas rückläufig, das war, das war ich mir gar nicht bewusst. Kann vielleicht auch mit dem Rahmen von Abspaltungen zu tun haben, dass man auch einfach die Dividende etwas gesenkt hat. Sehr interessant ist jetzt die Bewertung. Also ich denke, was wir bis jetzt gesehen haben, das ist, dass wir hier ein starkes Unternehmen haben, das stark aufgestellt ist, also in den richtigen zwei Sparten aufgestellt ist. Das Management scheint zu wissen, was sie wollen. scheuen nicht davor zurück, starke Einschnitte zu machen, also indem sie Unternehmensanteile verkaufen, wo sie diese nicht mehr haben möchten und sich dort verstärken, wo sie halt die Zukunft sehen. Hat bisher immer funktioniert, haben wir ja hier gesehen. Und es ist davon erstmal auszugehen, dass es auch in Zukunft funktionieren wird. So weit, so gut. Und was sagt dann die Bewertung? Es ist natürlich sehr wichtig, dass du so hier Qualitätsaktien oder dass du dein Geld in Qualitätsaktien steckst, wie es beispielsweise bei Danaher der Fall ist. Aber man muss auch nicht eine Aktie um jeden Preis kaufen, weil wenn die Aktie stark überbewertet ist und du steigst dann ein und dann kehrt die Aktie zum fernen Wert zurück, dann kann es halt erstmal sein, dass du auf ärgerlichen Buchverlusten sitzt und dass das Timing dann nicht ganz so glücklich gewesen ist. Das schauen wir uns mal jetzt an. Und ich denke, wenn wir uns auch mal die KGVs hier angucken, dann haben wir hier KGVs von 16, 14, 11 teilweise, 12. Dann schwingt das Pendel wieder zurück, dann wird es wieder höher, 16. Und jetzt 20, das haben wir hier nie gesehen, also es fängt im Jahr 2000 an, 27 und momentan sind wir bei knapp 50. Knapp 50 und das hat nicht damit zu tun, dass der Gewinn eingebrochen wäre, sondern es hat einfach damit zu tun, dann sehen wir gleich, dass der Aktienkurs hier durch die Decke gegangen ist und das gleiche Bild zeigt sich beim KGV auf den bereinigten Gewinn, da oben ist es der bilanzierte Gewinn und auf das KCV, basierend auf dem operativen Cashflow. Das lag, das schwankte so um die 10 lange Zeit, mal darüber, mal darunter und momentan liegt es bei 30. hat sich also verdreifacht, die Bewertung basierend auf dem KCV und auf dem KGV im Prinzip auch irgendwo zwischen verdoppelt und verdreifacht. Verdreifacht, wenn man so das langfristige Mittel sieht. Das ist natürlich brutal, also ohne jetzt, die einzelnen Fernwerte und dass uns jetzt die einzelnen Fernwerte schon bekannt sind, können wir schon sagen, dass danach aggressiv bewertet ist momentan. Und da lassen wir jetzt mal so ein bisschen genauer die Zahlen sprechen. Ich würde anfangen bei der Bewertung, man könnte im Prinzip schon alles nehmen, wir fangen mal von hier an und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Die Dividende nehme ich weg, weil niemand danach wahrscheinlich wegen der Dividende kaufen wird. Wobei eins muss ich sagen, ich habe danach gekauft und zwar ich habe sie einmal gekauft und kurz wieder verkauft wegen den Split bei Fortif, weil ich sicher gewesen bin, ob das Finanzamt dann realisierte Kursgewinne verlangt, aber ich hatte es immer gekauft, ich habe irgendwo in 2009, ich will nur mal zeigen, wie die persönliche Dividendenrendite sich da entwickelt hat, interessiert mich jetzt gerade selber. Man sieht es ja hier im Aktienfinder, hier kann man ja einen Kauf simulieren, wenn man zwei Zeitpunkte anklickt, das habe ich mal von 2009 Anfang bis hier 2020, also knapp 11 Jahre und dann siehst du, dass deine persönliche Dividendenrendite bei 2,8% liegen würde und das ist schon gar nicht schlecht eigentlich, das ist, es kommt eben durch die dynamische Dividendensteigerung zustande jetzt, also hier insbesondere dadurch. Das heißt aber mit anderen Worten ist es auch unrealistisch, weil dass wir hier nochmal so einen Sprung sehen werden in der Erhöhung der Dividende ist eher unwahrscheinlich, das heißt, wer schon vor einer Weile eingestiegen ist, der hat zwar hier dann, machen wir jetzt mal weg hier, der hat zwar eine hohe persönliche Dividendenrendite jetzt mittlerweile, aber wer jetzt hier einsteigen würde, der würde ich nicht damit rechnen. Also es bleibt dabei danach kein Wert für Dividendeninvestoren, eher nur ein bisschen Beiwerk. Also zurück zur Bewertung der Aktie selbst und wir blenden uns jetzt mal hier die drei fairen Werte ein, nicht den fairen Wert basierend auf der Dividende, weil der hat hier keine Aussagekraft und dann sehen wir hier die Bewertung, ich zuhne mal ein bisschen näher rein, für den operativen Cashflow haben wir keine Prognosen mehr über 2022 hinaus. So, und jetzt sehen wir, dass die Aktie mit basierend auf diesen Multiples hier teilweise überbewertet war, also eigentlich sogar relativ lange Zeit, Entschuldigung, unterbewertet war, also von, also hier war man so mal fair bewertet bei 2,7 und dann im Prinzip mehr oder weniger immer unterbewertet bis so in Anfang, Mitte 2016 rein und dann hat dann nachher eine Spurt hingelegt, hat die Aktie knapp 200% zugelegt, also sich verdreifacht im Kurs, während und das muss man jetzt halt auch so sehen, die Gewinne und Cashflows hier in der Zeit von 2013 bis, ja, bis vor kurzem jedenfalls, also eigentlich bis jetzt, ja, mehr oder weniger Sidewards gelaufen sind und ich blende das jetzt nochmal ein und das, diese Aussage zu unterstützen, also wir haben hier die Sidewards Bewegung, wir zoomen dann jetzt mal vielleicht auf den Cashflow und auf den Gewinn sowohl bereinigt als auch bilanziert nicht allzu viel getan, ja und dennoch hat sich der Aktienkurs oder hat der Aktienkurs in den Zeitraum schon mal ganz ordentlich zugelegt, hat die Aktie 175% knapp gewonnen, obwohl hier also wie gesagt nicht allzu viel passiert ist, das ist natürlich schon interessant und insofern ist die Aktie halt immer teurer geworden, also sind die Multiples nach oben, dann hatten wir hier den Corona Crash und ich blende das mal wieder aus, damit wir hier nicht die Grafik überfrachten und dann haben wir hier auch neue Höhen erreicht, der Aktienkurs momentan über 200 Dollar und die fernen Werte die schwanken jetzt irgendwo für das laufende Geschäftsjahr 2020 zwischen 85 und 100 US Dollar, das ist eine enorme Diskrepanz, die wir hier sehen, und wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne mal hier auf das kurzfristige Rückschlagspotenzial schaue, das heißt, wenn der Aktienmarkt in der Breite Mr. Market dann auch so der Meinung ist, dass die Aktie etwas hoch bewertet ist, dann wäre dann legt das bei 50% und das ist natürlich schon ordentlich. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass danach sehr gut aufgestellt ist und dass dann auch der Gewinn über die Maßen steigen soll, hier haben wir die Seitwärtsbewegung und es soll ja jetzt aufwärts gehen, also hier ist ja einiges Optimismus drin und jetzt sagen wir mal, das sind schon Fachleute, die hier die ganzen Schätzungen machen, wenn ich mal kurz zurückgehe und dir das zeige, bezüglich Factset, dann siehst du ja hier die ganzen Schätzungen das sind hier die kompletten Schätzungen und das ist auch noch die Unterschiede zwischen dem bilanzierten und dem nicht bilanzierten Gewinn, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen und hier siehst du dann die Ziele übrigens der Analysten, das können wir mal komplementär nehmen und hier sieht man dann, dass die Analysten das sind die Kursziel der Analysten und das ist interessant, weil die Analysten die ziehen ja immer nach dem Aktienkurs, also es ist im Prinzip egal, ob die jetzt erstmal, das ist meine Beobachtung, ob die jetzt ein Sell Rating haben oder ein Buy Rating haben, wenn die Aktie steigt, ziehen die das Kursziel einfach nach und wenn die Aktie fällt, dann tun sie das Kursziel einfach nach unten anpassen, also die lassen sich vom Markt beeinflussen, steigt die Aktie, das haben wir auch bei Tesla sehr schön gesehen, steigt die Aktie, dann passen sie ihr Kursziel nach oben an, fällt die Aktie, dann geht es wieder nach unten, das ist also unabhängig, ob sie jetzt eine Kauf- oder Verkaufs- oder eine Haltenempfehlung aussprechen, weil würden sie quasi ihr Kursziel nicht anpassen, dann würde sie einfach zu lächerlich aussehen, nach außen, das gilt immer dann, wenn die Aktie oder der Aktienkurs sich sehr stark entwickelt. Kleine Kritik jetzt hier an dieser kleine Spontankritik an dieser Stelle an den Kursempfehlungen hier. Wir machen das ein bisschen anders im Aktienfinder, wir gehen ja hin und sind unbeeindruckt vom aktuellen Aktienkurs, sondern wir gucken uns ja im Prinzip die ganze Geschichte an. Wer genaueres wissen will, schaue auf den letzten Livestream, da zeige ich dir ganz klar, wie du unterbewertete Qualitätsaktien finden kannst und bei der Nahe handelt es sich nicht um eine unterbewertete Qualitätsaktie. Wir haben hier die positiven Entwicklungen, Prognosen der Analysten schon eingearbeitet und du siehst, dass entsprechend der faire Wert steigen würde. Hier dann zwischen 130 und 145 US-Dollar wäre aber halt immer noch deutlich unter den aktuellen über 200 US-Dollar, sodass du aus dieser Sicht nicht mit einer Rendite innerhalb der nächsten drei Jahre rechnen darfst. Jetzt kann man dann sagen, okay, ich denke, dass ich würde, für mich ist dann nachher mehr Geld wert und dann kannst du dann sagen, ich würde die Multiples hochschrauben, hier auf 25 beispielsweise und hier würde ich einen KGV zugestehen von vielleicht 22 und beim KGV von 15 dann gehen hier die fairen Werte nach oben, wir haben aber immer noch eine Unterbewertung, das heißt, wenn man jetzt damit ein bisschen weiter spielen wollte, müsste man das KGV hier schon auf 30 setzen, hier vielleicht auf 26, damit man hier so in die Nähe kommt, hier 31 So, jetzt kommst du hier ungefähr auf die Nähe und das aber auch erst 20 wenn du jetzt sagen und naja gut ich will es jetzt nicht überstrapazieren das ganze du siehst dann ist momentan einfach eine sehr sehr teure Aktie und ich schließe mich dann dem an was unser Autor hier gesagt hat Maximilian Dürr für ihn ist die Aktie auch überbewertet du kannst jetzt gerne dann alternativ nochmal hier ein bisschen genauer reingraben wenn dich dann interessiert wir haben ja dann auch alternative investments beispielsweise für jede einzelne sparte hier aufgeführt und dann noch einiges mehr ins Detail gegangen gut das war dann die danach Analyse vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschau